Liebe Zuschauer, in diesem Video präsentiere ich euch 10 Kartenspiele, die sich definitiv lohnen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe jetzt hier wieder einige Spiele auf dem Tisch, die möchte ich euch in Kürze im Verlauf des Videos vorstellen. Zu den einzelnen Spielen gibt es dann schon ein Video, da müsst ihr einfach mal schauen, wenn es euch jetzt noch mal ein bisschen mehr interessiert, da könnt ihr gerne reinschauen. Und ich habe mich jetzt wirklich mal rangehalten, 10 Kartenspiele möchte ich euch präsentieren, nicht mehr. Und es gibt hier jetzt keine Top 10 oder sonstiges, es gibt einfach 10 Lieblingsspiele in einer beliebigen Reihenfolge. Hole ich die auf den Tisch und wie gewohnt könnt ihr mit dem Zeitmarker zur jeweiligen Position springen, was euch mehr oder weniger interessiert. Wie gesagt, zu den einzelnen Spielen gibt es zum Teil auch schon Videos, beziehungsweise kommen sie kurz im Nachgang. Und dann habt ihr wirklich vollumfänglich alle Infos, die ihr benötigt. Was eure Lieblingskartenspiele sind, das dürft ihr jetzt parallel gerne auch unten in die Kommentarspalte dann tippen. Da freue ich mich definitiv auf eine Rückinfo. Ansonsten, ich steige gleich ein und das erste, was ich euch präsentieren möchte, das ist das Spiel No Thanks aus dem Hause Amigo. Tja, Amigo präsentiert schon über viele, viele Jahre sehr viele Kartenspiele, sind sehr erfolgreich, gerade was Kartenspiele auf dem Markt angeht. Das ist immer eine Quelle, gerade wenn ihr beim Händler seid, seht ihr oftmals nur Regale mit Amigo spielen. Und die haben sehr viele Kartenspiele. Und No Thanks ist ein unheimlich beliebtes Spiel und ist jetzt quasi eine überarbeitete Version, weil das Spiel gab es quasi schon vor einigen Jahren. Ich wollte die alte Verpackung euch jetzt nicht zeigen, weil viele wollen ja auch wissen, was sich jetzt hier geändert hat, beziehungsweise was man denn hier machen muss. No Thanks, ein Spiel von Amigo für drei bis sieben Personen, lässt sich also auch in größeren Gruppen sehr gut spielen. Ist ab acht Jahre angezeigt mit einer Spielzeit von 20 Minuten. Und auf der Rückseite sieht man, um was es geht. Zum einen ist eine inklusive Erweiterung, ist noch eine separate Erweiterung dabei, neue Karten, die man aus dem alten Spiel nicht kennt. Aber das Spielsystem an sich, das klassische Spiel, das bleibt erhalten, weil wir haben hier eine gewisse Anzahl von Karten, die bilden so einen Stapel, das sind Zahlenkarten. Damit man nicht weiß, welche Zahlenkarten überhaupt im Stapel dabei sind, werden quasi immer so neun Karten aussortiert und die legt man zur Seite. Und dann habt ihr die restlichen Karten, die bilden einen Stapel und jeder hat eine gewisse Anzahl von Chips. Ja und wenn eine Karte aufgedeckt wird, dann ist die Frage, will man diese Karte haben? Das sind dann mal Minuspunkte. Das heißt, man will sie nicht unbedingt haben, abhängig vom Wert, und man platziert dafür einen Chip, sofern man noch einen hat. Ansonsten nimmt man die Karte. Man kann jederzeit auch sagen, man nimmt die Karte und ihr merkt, das ist ein lockeres, geselliges Spiel. Aber am Schluss muss man schauen, weil jede Karte gibt Minuspunkte. Wenn ihr aber die Karten in einer Abfolge habt, also zum Beispiel hier wäre es die 16, und ihr habt zum Beispiel die 16, die 15, die 14 und die 13 eurer Auslage, dann sind das nicht alles Minuspunkte, sondern die niedrigste Zahl aufgrund der zusammenhängenden Kette zählt dann als Minuspunkte. Also jede Einzelkarte bringt im Normalfall Minuspunkte, ist als Kette zählt die niedrigste Zahl, und die Chips sind ganz klar auch Pluspunkte. Eine ganz klare Empfehlung, wir spielen das momentan auch hoch und runter. Das ist auch ein Spiel, wo die Kinder beispielsweise immer ins Auge fassen als Geschenk für Freunde, Bekannte, die vielleicht jetzt nicht so oft spielen, die ab und an spielen. Das ist ein super Spiel, das ist eigentlich ein Spiel für jeden, und deswegen eine ganz klare Empfehlung, auch wenn es eine überarbeitete Neuauflage ist. Aber das Spiel, das kann sich wirklich sehen lassen. Ihr seid vielleicht auch große Fans von Karten bzw. Stichspielen. Ja, vielleicht schaut der eine oder andere rein, weil man sich gerne für Stichspiele interessiert. Mit Trumpf, mit Karten, höchste Karte gewinnt, und man nimmt sich dann die Karten als Stich und hat dann die entsprechenden Punkte. Bei 2F von Fischen, Friedemann Friede, der Austrohr, ist das ähnlich. Aber das Spiel hat einen ganz besonderen Kniff. Zum einen 3-5 Personen, 8 Jahre, 40 Minuten. Bei diesem Spiel hat man auch eine ganz normale Kartenhand, abhängig von der Spielanzahl, und spielt die aus. Man bekennt die Farbe, der, wo die höchste Zahl gespielt hat, in der entsprechenden Farbe, bekommt die Karten als Stich. In weiteren Runden, man spielt über eine gewisse Anzahl von Runden, wird man aber die gewonnenen Karten, jede Karte bringt einen Punkt pro Runde, auf seinen Nachziehstapel schieben und von diesen wieder neue Karten nachziehen. Ja, aber was ist mit der Person, die kaum Stiche macht? Die bekommt von einem separaten Stapel weitere Karten, neue, attraktivere Karten. Höhere Karten, sogar Karten mit einer anderen Farbe, grün, und zwar als Trumpf. Und das ist auch richtig cool gemacht. Und deswegen auch eine ganz klare Empfehlung für euch, für alle diejenigen, die gerne Stichspiele mögen. Das ist wirklich klasse. Dann haben wir ein weiteres Spiel. Ich halte es mal hier wieder, dann sieht man es auch ein bisschen mehr, auch von der Größe. Ihr merkt ein bisschen größeres Format. Far Away, ein Spiel aus dem Hause Kosmos. Zehn Jahre, zwei bis sechs Personen, 25 Minuten Spielzeit. Ja, und das Spiel hat schon im vergangenen Jahr 2023 hohe Wellen geschlagen, weil es als englischsprachige Version war, es unheimlich beliebt. Das Warten lohnt sich, das wisst ihr. Und Kosmos bringt das Ganze wieder auf Deutsch raus. Die bringen übrigens auch schon im Hinblick auf 2025 viele Spiele, wo jetzt praktisch absolut im Trend liegen, als deutsche Version raus. Also ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Aber Far Away hat was ganz Besonderes. Klar, es ist sprachneutral, aber man zieht schon auf der Rückseite, weil es hat einen besonderen Wertungsknicht. Man spielt quasi Karten aus. Man bietet um Karten und legt die in seine Auslage. Und abhängig von der Abfolge mit den Verknüpfungen einzelner Karten bekommt man Punkte. Das ist jetzt nichts Neues. Aber das Besondere ist, dass man das Ausspielen von links nach rechts vollzieht. Das ist auch nichts Neues. Nein, hier steht es noch dabei. Man wertet von rechts nach links. Das heißt, die Karten werden verdeckt am Schluss platziert und man wertet von rechts nach links. Man deckt also eine Karte nach der anderen auf. Ui, das heißt, ich muss ein bisschen umdenken. Genau, und deswegen ist es mir in den ersten Partien auch schwer gefallen, das Ganze nachzuvollziehen. Aber zu Far Away werde ich euch, je nachdem wann ihr das Video schaut, auch noch zeitnah das Video präsentieren. Also je nachdem, ist schon online oder kommt Tage später online. Da könnt ihr definitiv mal reinschauen. Aber Far Away ist auch ein ganz klarer Tipp. So, das nächste Spiel. Tja, das darf nicht fehlen. Nein, wird ein oder andere sein. Wir haben es doch schon. Ich weiß, viele haben von euch auch schon. Viele mögen es auch nicht. Viele haben auch den Klassiker Carbo und denen reicht es aus. Carbo ist nüchtern von den Grafiken. Es braucht ein frischer Wind und Denkriesen hat sich das Thema angenommen. Und zwar sehr clever. Hat unterschiedliche Formate veröffentlicht. Hat diesen beliebten Mechanismus, den es gefühlt schon seit 30, 40 Jahren gibt. Weil viele Verlage knüpfen gerne an diesen Mechanismus an, herausgebracht. Aber mit Arschmelos XXL gibt es jetzt quasi ein neues Format. Nein, die Karten sind nicht größer. Es gibt eine Figur, die sogar eine Rolle spielt, um die Karten abzuwerfen, um sicher zu sein vor seinem Zug. Aber auch bei diesem Spiel, Carbo-like, legt man Karten in seine Auslage. Man sieht es auch hier zumindest ein bisschen von der Rückseite. Und versucht, möglichst niedrige Werte vorzuweisen. Also man nimmt sich Karten, spielt Karten aus, beziehungsweise verwendet Aktionen, je nachdem, was als Karte ausliegt. Richtig gut gemacht als XXL-Version mit weiteren Aktionskarten, mit einer Figur, die tatsächlich eine Rolle spielt. Ich muss es euch zeigen. Die Figur ist so süß gemacht. Also darf ich ja nicht alles vorenthalten. Aber hier seht ihr quasi das Deck. Und das ist die Figur. Und ist sie nicht hübsch gemacht? Also die ist doch wirklich klasse gemacht. Ganz kurzer Blick auf die Rückseite. Ja, so gehört sich das bei Arschmallows. Der Titel ist hier quasi mit dabei. Tolles Spiel. Viel reich. Die klassische Version, die kleine Version in der kleinen Box. Aber das trifft ihr, wie gesagt, als Entscheidung. Momentan ist das bei uns schon seit vielen Monaten auf dem Tisch. Ja, als Kartenspiel, als Familienspiel. Ein Spiel für jeden, für eine gesellige Runde. Das Spiel werdet ihr noch in etlichen Formaten vorfinden. Weil das werde ich euch noch ein paar Mal präsentieren. Ich habe fertig, ja, ich weiß der Titel. Ich hänge immer an dem Titel und reg mich ein bisschen über das Cover auf. Aber Geschmäcker sind verschieden. Aber das Spiel ist unheimlich gut. Marco Teupen, um uns auch mal an dieser Stelle mal wieder den Autor zu erwähnen. Acht Jahre, fünf bis zwanzig Minuten, zwei bis fünf Personen. Pegasus Spiele ist der Verlag. Und das Spiel hat auch wirklich sehr viel zu bieten. Ihr packt das aus, legt den Kartenstapel in die Mitte und fangt an zu spielen. Wenn ihr dran seid, zieht ihr entweder eine Karte oder spielt eine Karte aus. Wenn ich eine Karte spiele, dann nehme ich die auf die Hand. Ist sofort drauf, muss ich sie sofort spielen. In weiteren Zügen, dann nehme ich eine Karte oder spiele eine meiner Handkarten einfach aus. In meiner Auslage, um die Wörter zu bilden. Ich habe fertig mit drei Karten. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen bzw. zu verlieren. Und das kann auch sehr schnell gehen. Ein Spiel mit unheimlich hohem Aufforderungscharakter, Wiederspielreiz. Und ein Spiel, was uns in der Familie, auch meiner Frau und den Kindern, sehr gut gefällt. Auch ein Spiel, was immer wieder jetzt auf diesen Wunschlisten ist. Wenn es darum geht, Freunden, Bekannten ein geselliges, schönes Kartenspiel zu schenken, wo jeder mitspielen kann, wenn man mehr oder auch weniger spielt. Und das ist ein weiterer Tipp, ganz klar für euch. Also das nochmal als Hinweis. Übrigens, viele der Spiele, soviel zum Thema Werbung, könnt ihr beim Händler kaufen. Viele haben die Spiele ja auch vor Ort, da könnt ihr den Händler unterstützen. Oder ihr wisst ja, soviel zum Thema Werbung. Nutzt gern die unten genannten Links, um uns zu unterstützen. Ihr zahlt da nicht mehr. Wir profitieren da automatisch davon. Es müssen übrigens auch keine Spiele sein. Soviel immer zum Ausklang. Aber viele unterstützen uns auf unterschiedliche Art und Weise. Und vielleicht ist, damit kommen wir auch schon zum nächsten Spiel, zum Spiel Free Chapters. Ja, schon wieder ein Amigo-Spiel. Ja, Amigo, klar, das ist der Vorreiter. Da gibt es sehr viele Kartenspiele. Und Free Chapters, ab 10 Jahre von Amigo, da haben wir uns immer wieder davon geschlichen bei diesem Spiel. Weil die Grafik, man weiß nicht, so Märchenwelt und wie das Ganze verknüpft ist. Ob das gut funktioniert, das funktioniert unheimlich gut. Also auch wenn ihr sagt, die Karte mit der Märchenwelt, das ist jetzt nicht unbedingt euer Ding, aber das Spiel kann sich sehen lassen. Weil es ist auch eine Art Stichspiel. Man wählt quasi Karten aus, man spielt die Karten aus, aber man punktet dann in diesen drei Kapiteln auch nochmal in unterschiedlichen Kapiteln mit diesen Karten. Weil teilweise lassen sich diese Karten dann auch kombinieren. Und das ist auch richtig gut gemacht. Dazu gibt es schon ein Video. Ich finde es sehr variabel und mir reicht es aktuell völlig aus. Beziehungsweise um auch ein bisschen planen zu können. Da ist immer der Kniff, wie viele Karten bringt man rein, um das Glück nicht zu hoch zu steigern. Um auch die taktischen, strategischen Faktoren mit reinzubringen. Und das ist bei diesem Spiel sehr gut gelungen. Also auch hier ein ganz klarer Tipp. Ja, spiel dir gerne Poker. Vielleicht spiel dir ja gar keinen Poker. Aber vielleicht lernt ihr dadurch das Spiel. Aber hier bei diesem Spiel, The Gang aus dem Hause Kosmos, wird nicht nur gepokert. Doch, gepokert wird schon. Nein, ihr spielt kooperativ. Ein Pokerspiel kooperativ. Ja, so ging es mir auch. Ich war auch sehr skeptisch bei diesem Spiel. Aber die ersten Runden haben gezeigt. Und ich spiele ab und an gerne Poker früher ein bisschen mehr. Und das macht Spaß. Das macht Laune. Und hier das Ganze kooperativ zu spielen ohne Geld. Aber hier gewisse Aufgaben zu erfüllen. Eure Blätter einzuschätzen. Was der andere wohl auf der Hand hat. Beziehungsweise abhängig von der Auslage über verschiedene Runden. Und die Reihenfolge vom schlechtesten bis zum besten Blatt einzuschätzen bei eurem Mitspielenden. Wow. Das ist richtig gut gemacht. Mir gefällt es. Bei diesem Spiel gibt es aber aus meiner Sicht nur zwei Bereiche. Es gefällt einem nicht. Oder es gefällt einem richtig gut. Zumindest die Einschätzung habe ich gemacht. Jetzt was meine Familie, was Freunde angeht. Da ist die Tendenz eher mehr. Wir mögen es sehr. Es gibt Vereins, die mögen das nicht. Aber dafür gibt es ja auch eine Krisenauswahl. Übrigens die Angaben möchte ich euch noch nennen. Drei bis sechs Personen. Desto mehr Personen teilnehmen, desto schwieriger. Weil ihr müsst ja die Blätter, also die Karten anderer Mitspielenden einschätzen. 20 Minuten wird es angezeigt. Und 10 Jahre steht hier dabei. Wow. Gefällt mir auch richtig gut. Ein kleines Schätzchen ist jetzt noch so eine Art Herbstneuheit. Aber sicherlich eines der Kartenspiel-Highlights im Jahr 2024. Nein. Ja. Ausgehend von den Illustrationen hätte es wahrscheinlich definitiv den ersten Platz gemacht. Pixies. Pegasus-Spiele. Acht Jahre. 20 bis 30 Minuten. Zwei bis fünf Personen. Familie steht drauf. Es ist ein Spiel für jeden. Ja. Und das sind wirklich Bilder. Bilder von gewissen Figuren, die man gebaut hat und die man dann fotografiert hat. Und das ist auch hier wirklich schön gemacht, um euch einfach mal eine Auswahl zu zeigen. Auch dazu gibt es schon ein Video. Und bei diesem Spiel, ich erinnere mich gerne an Cabo und andere Spiele. Auch hier geht es darum, quasi Auslagen zu bilden. Waldkarten zu spielen. Beziehungsweise Karten auszuspielen. Abhängig von der Farbe, von der Zahl. Gewisse Kombinationen zu bilden. Und das funktioniert auch richtig gut. Es ist ein gutes Kartenspiel. Hält sich jetzt schon seit gefühlt der Sommerzeit. So im Juli, August kam es glaube ich raus. Da haben wir es auch schon oft gespielt. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie schön auch die Illustrationen sind. Und das Auge spielt gewissermaßen auch mit. Bei vielen Spielen, ja, die Illustrationen, da gehen auch die Geschmäcker auseinander. Vielleicht gefällt vielen diese Illustrationen nicht. Ich finde es aber richtig gut. Und die Packung, soviel zum Thema Nachhaltigkeit, ist auch immer ein wichtiger Punkt. Da passt wirklich alles rein. Ist ja für viele in der heutigen Zeit auch sehr wichtig. Ich mag übrigens diese kleinen Formate mit diesen Karten. Und vielleicht kommt er auch in Zukunft mehr. Gerade das Format spricht mich durchaus an. Und bei diesem Spiel mit 70 Karten, da kommt er sicherlich auch zurecht. Gab es übrigens früher auch in einer englischen Version. Jetzt mittlerweile bei einer deutschen Version bei Pegasus Spiele. Ja, was habe ich noch? Ja, so ein kleines verrücktes Spiel. Der eine oder andere wird es gar nicht wahrnehmen. Zumindest ging es einigen von euch, weil das Video habe ich schon veröffentlicht zu Duck and Cower. Ja, es ist jetzt ein Kinderspiel. Übrigens, so Kinderspiele kommt zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Weil der Herbst, der veröffentlicht doch mehr eher die Familien, die Kennerspiele, die Kartenspiele. Aber bei Duck and Cower aus dem Hause Captain Games, Vertrieb über Asmodee. Also das steht auch definitiv schon fest. Geht es darum, auch, und man sieht es ja auch ein bisschen auf der Rückseite, so eine Auslage zu haben. Ja, der Trend ist absolut in momentan bei solchen Spielen, wo man eine Auslage bildet. Und man hat so eine Auslage mit zwölf Karten. Aber hier geht es darum, es werden immer von einem Stapel Karten offen platziert. Und jeder hat so eine Auslage und muss versuchen, die Karten zu verschieben. Das wird auch hier sehr deutlich gezeigt. Und ihr merkt, das Spiel ist mehrsprachig. Je nachdem, wo ihr es seht, seht ihr auch von der Rückseite in mehreren Sprachen. Französisch, Deutsch und Englisch. Und ja, die Werte hier im unteren Bereich zählen. Perfekterweise habt ihr alles zu einem Stapel zusammengefügt, wo dann die Null abgebildet ist als Punkte. Aber das gelingt einem dann doch nicht so oft und man muss auch ein bisschen schauen, wie schnell die Mitspieler vorangehen. Weil kann eine Karte nicht gespielt werden? Durch Quark wird es dann signalisiert. Wenn alle Quark machen, dann leitet man quasi das Ende des Spiels, beziehungsweise die Runde, das Rundenende auch langsam ein. Zwei bis sieben Personen habt ihr gesehen, haben jetzt auch schon oft zu zweit gespielt. Funktioniert da auch gut. Bei solchen Spielen denkt man ja, je mehr, desto besser. Nö, das geht wirklich gut. Und acht Jahre und 20 Minuten Spielzeit, das ist ja mal richtig schnell. So, und jetzt muss ich schauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, ich halte mich dran. Da drüben, nein, ich halte mich dran. Slide möchte ich euch auch noch ganz kurz präsentieren. Strohmann Games, der Verlag, auch das Spiel gibt es schon eine Weile, ist immer wieder ausverkauft. Also das Spiel scheint momentan sehr beliebt zu sein. Und wenn ich jetzt euch wieder sage, wir bilden eine Auslage, sagt ihr, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, Kartenspiele, Kartenlegespiele. Eigentlich müsste ich eine Reihe machen, separat Kartenlegespiele als Format. Aber nee, ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Das sind die Lieblingsspiele, die wir momentan gerne spielen. Aber hier ist ein schönes Interaktionselement. Auch hier hat man Karten in seiner Auslage, versucht gewisse Verknüpfungen zu bilden, was jetzt auch die Zahlenwerte dann angeht. Und gleichzeitig wird hier immer eine Auslage gebildet. Und das wird auch hier sehr schön, je nachdem, wenn ihr es im Handel zieht, sehr schön verdeutlicht. Das heißt, nimm eine deiner verdeckten Zahlenkarten, decke sie auf und lege sie in die Tischmitte. Nimm dann eine der Karten aus der Tischmitte und schiebe sie. Und deswegen auch dieses Slide-Element, schiebe sie in eine Reihe oder Spalte, um dein Raster anzupassen. Weil am Spielende, steht auch dabei, haben sich alle benachbarten Karten oder haben sich alle benachbarten Karten mit dem gleichen Wert dann auf. Also die heben sich auf, so steht es auch dabei. Sieben Jahre, wow, da spricht man durchaus die etwas Jüngeren an, aber warum nicht? Sieben, acht Jahre ist so meine Empfehlung. Zwei bis sechs Personen, ihr merkt, Tendenz ist Familie vom Verlag angezeigt. Und das geht schnell, 15 Minuten, ist doch richtig schön gemacht mit diesem Rausschieben hier dieses Bereiches. Das waren die zehn Kartenspiele. Ich bleibe bei den zehn Kartenspielen. Es soll mal wieder ein kleiner Überblick für euch sein, weil es einfach sehr viele Videos auf dem Kanal gibt. Aber pickt euch das raus, was euch interessiert. Zu vielen der Spielen gibt es auch schon das Video, beziehungsweise wird es Tage später nach diesem Video folgen. Das habe ich nämlich auch schon so eingeplant, dass ihr einen Blick bekommt und wisst schon, ob das was für euch ist. Ich kann sie empfehlen. Kartenspiele bekommt man teilweise auch zu einem wirklich guten Preis. Wo ihr es holt, ja, so viel zum Thema Werbung. Händler oder über die Links, aber das bleibt euch überlassen. Was fehlt euch? Was sind eure Highlights? Und ich beziehe mich mal nur auf das Jahr 2024. Was fehlt denn euch an Kartenspiele? Ihr dürft es gerne unter das Video als Kommentar setzen. Dann sehen es auf YouTube auch die anderen. Ja, das zu den Infos rund um Kartenspiele. Es wurde mal wieder Zeit. Das waren so unsere, meine zehn Lieblingsspiele im Kartenspielbereich. Es gibt noch ein paar, aber das sind wirklich die Highlights zum aktuellen Zeitpunkt. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. DE Bis zum nächsten Mal.